Ey, wenn ich einen dicken Olli schaffe, bin ich der King. Findet zu Jesus, glaubt mir. Wir stehen hier gefühlt schon seit 10 Minuten, der Schlange bewegt sich keinen Meter. Man hat richtig Holiday Parkfeeling, Europa-Park mäßig so. Ich bin mal wirklich gespannt, was da vorne abgeht. Komm mal hierher, genau hierher. Sag mal kurz, was hier abgeht. Also, die Kids vom Jugendforum haben eine fette Geisterbahn auf der Skater oben gerichtet. Und der Shit ist so gruselig, das muss man sich einfach reinziehen, das ist wirklich creepy. Also ich bin mal gespannt, ob man mich zum Erschrecken bringt, weil ich bin richtig hartnägt. Wenn man es hinkriegt, man hat es auf Kamera. Also das ist wirklich dein Gütesiegel, wenn ich. Wir haben noch vier special guests, special guests. Das wird man schon sehen, auf jeden Fall. Das wird echt genial. Ich bin echt gespannt. Let's fucking go, auf jeden Fall. Was für ein Dunkel ist, finde ich, Alter. Ist da drin, ist da arg dunkel? Sowohl als auch, also es ist ein hellerer als auch dunklerer. Okay, ich bin mal richtig gespannt, Alter. Ich muss auch passen, dass ich keinen einen reinhau oder so, weißt du. Boah, Alter. Okay, ich bin gespannt. Also ich war gestern so, dass ich gesagt, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu krass für die einen oder anderen Kids. Okay, man hört die Leute schon schreien, das ist schon wild. Das wird wichtig, auf jeden Fall. Aber trotzdem bin ich Batman. Ich bin Batman. Okay, wir sind Batman. Dann bin ich Robin. Wenn schon, dann bin ich der Sidekick. Wie viele Leute sind da drin? Aktiv sind es drei oder vier Stück. Aha. Wie alt sind die? Mitte 20 und Teenager, Alter. So 15 bis 25. Also nicht leichtes Spiel für mich, wenn ich da so einen Punch verteilen müsste. Drei davon sind kleine Mädchen. Wow, gut, dass du das sagst. Ich muss mich wirklich zügeln, Alter. Aha, aha. Die waren das volle Programm. Wir waren das volle Programm. Alles auf. Alle dreht einmal ran. Alle kriegen aber das volle Programm. Okay, okay. Das ist Musik. Die muss ich halten. Nein, nein, zuhören. Die Leute, die diese Geisterbahn gemacht haben, haben sich auch eine Story ausgedacht. Und zwar geht es darum, dass die alte Schokofabrik verflucht ist. Der Besitzer, Pity, ist gestorben. Hi, Pity. Und sein Geist spukt immer am 31. Oktober in der alten Fabrik. Und jetzt sind wir hier gefangen und müssen einen Ausweg finden. Viel Spaß beim Ausweg finden. Dankeschön, wenn wir hören. Warum sitzt du eigentlich die ganze Zeit so nebendran wie so ein Side-Character? Weißt du, wie du rübergekommen bist? Wie ich von der Typ von Hellboy. Weißt du, du bist dieser Aquaman. Dieser Fischman. Dieser Fischman. Du hast einfach nur nebendran gehockt und nichts gemacht. Also da lang musst du laufen. Was soll ich bloß auf dir drauf sagen? Okay, okay. Geh mal vor. Geh mal vor gehen? Ja, okay. Bin ich mal gespannt hier. So, okay, Ladies and Gentlemen. Ich kommentiere mal das, was ich hier sehe. Also hier haben wir mal ein Spind. Wir gucken mal hier in den Spind rein. Aha. Ich hoffe... Erklär mal die Story nochmal. Ich hab nichts zugehört. Ey, Bro, ich bin ehrlich. Diese Qualität von dieser Box und von diesem Mikrofon, was aufgenommen hat, war unterirdisch. Ich hab's nicht verstanden. Irgendein Pidi. Irgendein Pidi. Jeden 31. Dezember. Nein, Oktober tut er hier sein Unwesen treten. Ich guck mal einen Kacken schon. Ich nehm dich auseinander. Komm, geh mal weiter, man. Alright, alright, alright. Ey. Ich bin jetzt mal gespannt. Irgendwas, irgendwas. 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 Wopanako. Wir haben dich. Scheiße. Hab ich mich schon direkt erschreckt, Alter. Ok. Jetzt kriegen die mich nicht mehr. Mit Versprechen. Komm, da oben seh ich schon jemanden. Erwischt hab ich euch. Müssen wir durch die Tür? Ok. Schnick, schnack, schnuck, verliere. Geht als erstes durch. Boah. Ja. Kameramann mach mit jetzt. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack. Komm. Komm. Schnick, schnack, schnuck. Ja. Ok. Schnick, schnack, schnuck. Daaa. Ist jetzt. Ok, komm. Mach mal die Tür auf. Dann gehen wir mal hier rein. So. Also ich seh mit meinen Augen würdes Zeug. Ok. Ich würd mal behaupten, ne. Dass hier. Boah, guck mal. Hier ist ein Skateboard nachhol. Ey. Ey. Wenn ich einen dicken Olli schaffe, bin ich der King. Pass auf, warte. Mit Handy und Ding in der Hand. Ah, Opfer. Alles geil, alles geil. Erfolg. Ah, scheiß. Hat er dich gekommen. Ich hab keine E-K-Möbeln. Ok. Ach. Was geht mir denn vor die Puppen ab? Ach du Jemini. Was geht hier ab, Alter? Also ich würd mal behaupten... Eigentlich gibt's... Gibt's hier Haribos? Ja, Mann. Warte mal. Bro, what are you doing, ey? Für den Krieg hier. Ok. Geh mal weiter. Ich geh vor. Ich geh vor. Parade. Kamera. Mach mal, mach mal. Mach mal, mach mal. Hm. Nächste Tür, Armand und Dick. Wer geht zuerst? 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 Das ist durch, ja? So, Ladies and Gentlemen. Boys and Girls. Hassers und die Big Booty Bitches. Hinter diese Tür lauert das Grauen des Schreckens. Meine Mutter. Eins, zwei... Bitch! Oh. Guck mal. Haha. Help. Die. Run. Ok. Wohin? Ich glaub hier rein, oder? Ja. Ich glaub wir müssen hier durch. So, Ladies and Gentlemen. Es geht weiter. Woppa. Na? Du hast mich fast bekommen da oben. Du hast mich fast bekommen da oben. Fast. Nicht gut. Aber fast. Okay. Das ist die Skaterbahn. Oh! Ja. 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 Ja 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 ja. Ja. Ok. Wir sehen hier jemand ein Ritual machen. Bin mal gespannt. Aha. Was bringt dich dazu das hier zu machen? Warum mach es... Finde zu Jesus. Glaub mir. Das ist dein... Ich kann es selber nicht ändern. Finde zu Jesus. Das ist ein gute Gemeinderchaft. Man hat mit einem Arm. Warum schmeißen die Sachen doch nicht? Ich glaube, wir müssen da lang. Müssen wir da lang? Wir folgen dir. Ich glaube, wir haben einen Begleiter noch dazugekriegt. Geil. Warte, ich interview sie. Was haben sie als letztes geraubt? Ich glaube, das Crack war nicht gut. Amina Jackson, Alter. Ich wüsste... Ich glaube, du hast was verloren. Ich glaube, das wird dir gut. Hast du mich jetzt getroffen? Ich schwöre, ich hab's getroffen. Mich jetzt getroffen. So, wartet. Ich leg's euch hier hin. Könnt ihr was Schönes damit anfangen? Möchtest du auch ein Interview geben? Okay. Ich glaube, wir haben hier jemand Neues, der gerne interviewt werden möchte. Wie alt sind sie? Mein Name wurde halt dadurch, okay. Ladies and Gentlemen. Kein Durchgang. Kein Durchgang. Ich bin jetzt gespannt wie ein Flitzebruch, Alter. Das war's schon. Okay, ich muss sagen, ich hab da irgendwas mitgenommen. Resümee war okay. War amüsant, muss man lassen. Was sagst du? Haben sie euch bekommen? Ab und zu. Ehrlich, ehrlich. Ja, ja, die haben mich beim ersten Ding gekriegt. Und das war peinlich eigentlich. Haber peinlich, sag ich dir ehrlich. Ich hab eigentlich gedacht, die kriegen mich gar nicht. Die haben mich danach ja auch gar nicht bekommen. Aber das erste Mal, ich hab noch nicht da gerechnet, dass sie da schon anfangen. Aber ja, nobody is perfect. So weißt du, was ich meine? Und war geil. War gut, war gut, war gut, war gut. War witzig aus, unterhaltend. War unterhaltend und war labiler. Jeder, der es nicht gesehen hat, du hast was verpasst. Was geht, was geht. War geil. Hat Spaß gemacht. Musste sehr oft lachen. Jetzt tut mein Kiefer weh. War geil. Sollen wir öfter machen. Ich wär dafür. Ich wär auch dafür, ja. Super. Alles klar. So, das war das Video. Habt ihr euch erschreckt? Hat es euch Spaß gemacht? Oder habt ihr, so wie ich, einfach nur gelacht? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Und wollt ihr mehr davon sehen? Lasst es mich wissen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo und Like da lässt. Alles klar. Mein Name ist Dennis Jackson und das war die Geisterbahn.